Erneuter Ärger mit der Justiz für einen besonders verrückten Reichsbürger, der sich für Trumps Commander in Deutschland hält. Der hatte dazu aufgerufen, hier in Deutschland einen Bürgermeister umzubringen. Der musste in die Psychiatrie, weil das Gericht hat gesagt, naja, der Mann ist wirklich schuldunfähig. Er sagt, nicht mit mir. Deutsche Gerichte erkenne ich sowieso nicht an, deutsche Psychiatrien auch nicht. Ich gehe zum Bundesgerichtshof. Auch interessant, dass er dann allerdings weitergeht zum Bundesgerichtshof. Wenn er doch die Gerichte nicht anerkennt, macht nichts. Der Bundesgerichtshof hat sich mit der Sache jedenfalls auseinandergesetzt und ein Urteil gesprochen, ob dieser Commander von Donald Trump hier wirklich in die Psychiatrie muss. Der ganze verrückte Fall und die rechtliche Lösung hier in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner bei WBS Legal in Köln. Und wenn ihr Bock auf Jura und Recht habt, dann lohnt sich ein Abo für diesen Kanal auf jeden Fall. Fast eine Million Menschen haben das schon getan. Mal wieder ein Fall, wo Reichsbürger mit der Justiz in Konflikt geraten sind. Diesmal traf es ein Niedersachsener. Der hatte dazu aufgerufen, den Bürgermeister einer Kleinstadt zu töten. Und dafür musste er sich für den Landgericht in Oldenburg verantworten. Das erklärte ihn aber für schuldunfähig. Aber das verwundert nicht, wenn man sich die fragwürdigen Theorien des Reichsbürgers anschaut. Denn er sagt zunächst mal, die Bundesrepublik Deutschland, die existiert nicht. So alle Reichsbürger, mehr oder weniger. Außerdem ist er sich sicher, dass das Supreme Headquarters Alliance Expeditionary Force, also das Hauptquartier der alliierten Streitkräfte in Nordwest- und Mitteleuropa, das gab es während des Zweiten Weltkriegs am Ende 1943, noch fortbesteht und Deutschland regiert. Also die Amis sind hier unsere Chefs, war er sich sicher. Und es kam noch dicker, kein Geringerer als Donald Trump persönlich habe ihn zum Commander der US-Streitkräfte ernannt und ihn mit Ausübung von Hoheitsrechten auf deutschem Staatsgebiet beauftragt. Klingt ganz schön skurril und er hat diese Thesen verbreitet und prompt mehrere tausend Follower auf Telegram vereinen können. Das war aber auch nicht gerade hilfreich für ihn, denn, naja, letztlich war es so, dass dadurch die Staatsanwaltschaft ja auch alle Beweise hatte, die müssen ja nur nachlesen, was da in Telegram gepostet worden ist. Es kam, wie es kommen musste, im Herbst 2021 wurde es dann wirklich gefährlich. Er hat per Direktnachricht auf Telegram aufgefordert, seine Anhänger, die Bürgermeister einer norddeutschen Kleinstadt zu töten. Warum? Völlig irre. Der Bürgermeister weigerte sich, das Amtsblatt der Alliierten Hohen Kommission im Rathaus auszulegen. Also das Amtsblatt der Alliierten Hohen Kommission scheint ein Amtsblatt aus dem Zweiten Weltkrieg der Alliierten gewesen zu sein. Und Schimpf und Schande, dieser Bürgermeister wollte das nicht auslegen. Und deswegen wurde das Todesurteil verhängt vom Commander von Donald Trump. Ja, da gingen natürlich alle Alarmglocken bei den Strafverfolgungsbehörden an. Denn es kam noch schlimmer, es wurden verschiedenste Todesurteile gegen verschiedenste Personen des öffentlichen Lebens, Polizei, Beamte, Justizangehörige, Journalisten verhängt. Alle hatten eins gemeinsam, sie hatten sich falsch verhalten in den Augen des Reichsbürgers. Sie hatten was gesagt in Sachen Coronavirus, an sich für Impfungen ausgesprochen oder waren gegen Reichsbürger vorgegangen, die Polizisten. Und deswegen haben sie Todesurteile bekommen vom selbsternannten Commander. Naja, und sie sollten verstreckt werden durch Tod durch Erhängen, Tod durch Erschießen und Tod durch Giftspritze. Also schlimm, 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 was die Reichsbürger hier tatsächlich fordern. Und ich gehe gleich auf den Fall ein. Teilweise sind die dann auch wirklich militant geworden. Wir schauen uns das gleich rechtlich an, aber vielleicht noch mal ganz kurz der Hinweis auf dieser Datenleck. Da solltet ihr nicht auf euren Anspruch in Höhe von 1000 Euro verzichten, denn höchstwahrscheinlich seid ihr Betroffene von dieser Datenleck. Selbst wenn ihr gar nicht mehr wisst, dass ihr euch mal bei dieser registriert habt. Checkt es mal unten aus in der Caption, da sind unsere Links zu den Deezer- und Facebook-Datenlecks. Kann euch eine Menge Geld bringen. Also, der Mann wird angeklagt wegen versuchter Anstiftung zum Totschlag. Das ist 212 Strafgesetzbuch und den habe ich euch hier mal rausgepickt. Wer einen Menschen tötet, ohne Mörder zu sein, wird als Totschläger, wird Freistrafe nicht unter fünf Jahren bestraft. Er hat natürlich nicht selber gemacht, sondern er hat einen Anhänger aufgefordert, deswegen Anstiftung. Aber macht nichts, würde theoretisch genauso bestraft werden wie der Täter selbst. Und dann noch öffentliche Aufforderung zu Straftaten. Kann man sich auch noch schön vorstellen, wer bei Telegram auffordert, Leute zu töten, begeht eine öffentliche Aufforderung zu Straftaten und gefährdet das Verbreiten personenbezogener Daten. Eine Norm, die vielleicht nicht ganz so in der Öffentlichkeit bekannt ist, aber hier ging es ja darum, dass er genau diese Infos über die Personen, den Bürgermeister verbreitet hat, um den zu finden, um den zu töten und und und. Das Landgericht Oldenburg hat allerdings einen Sachverständigen eingeschaltet und der sagt, nix da Leute, Paragraf 20 Strafgesetzbuch, Schuldunfähigkeit wegen seelischer Störungen. Der Mann muss in eine Psychiatrie und nicht in ein Gefängnis. Es wurde auch angenommen, dass er in Zukunft wahrscheinlich ähnliche Taten begehen wird und eine Gefahr für die Allgemeinheit dargestellt. Und deswegen wurde eine unbefristete Unterbringung in einer Psychiatrie angeordnet. Also hier ein schöner Ritt durch die Gesetze, 63 Strafgesetzbuch, Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus. Hat jemand eine rechtswidrige Tat im Zustand der Schuldunfähigkeit begangen, so ordnet das Gericht die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an. Und genau das ist jetzt hier passiert. Zumindest hat er noch so viel Grips in der Birne gehabt zu haben, dass er gesagt hat, das lasse ich mir hier nicht bieten. Ich gehe dagegen vor. Außerdem wollte er nicht, dass sein Eigentum eingezogen wird, denn ein Smartphone, ein Tablet wurden als Tatmittel eingezogen. Der Bundesgerichtshof musste sich mit der Revision auseinandersetzen und hat gesagt, relativ kurz und knackig, hier sind keine Rechtsfehler, das passt schon alles. Alles gut gelaufen. Jedenfalls was die Unterbringung in der Psychiatrie betrifft. Das Einzige, was schief gelaufen ist, ist die Einziehung der Gegenstände. Da wurde die falsche Rechtsgrundlage angesetzt. Und man hatte diese Norm hier, Sicherheitseinziehung, Sicherungseinziehung gemacht. Gefährdende Gegenstände können eingezogen werden. Also das Tablet und das Smartphone wurden als gefährdender Gegenstand eingezogen. Und da hat die Revision gesagt, der Bundesgerichtshof, nee, das ist irgendwie nicht deutlich geworden, warum das jetzt hier die gefährdenden Gegenstände sein sollten, wurde nicht ausreichend begründet. Okay, vielleicht kriegt er sein Tablet zurück. Das muss jedenfalls, das muss nochmal neu verhandelt werden, aber was will er mit dem Tablet in der Psychiatrie? Ich weiß nicht, ob Sie das überhaupt da aushändigen. Das war allerdings ehrlicherweise nicht die einzige Schlagzeile in Bezug auf Reichsbürger in den letzten Wochen. Vielleicht habt ihr Ende März die erneute Razzia gegen Umstürzer mitbekommen. Da gibt es jetzt weitere Beschuldigte. Das ging ja um einen Sturz der Bundesregierung durch eine Gruppe rund um den Anführer Heinrich VIII. Prinz Reus. Da haben einige jetzt gestanden. Darunter sind drei Polizisten, vier Reservisten, die also dann sich zur Reichsbürgerszene angeschlossen hatten. Finde ich immer schlimm, wenn Staatsbedienstete sich denen anschließen. Und auch ein aktiver Soldat der Marine. Schon im Dezember gab es ja eine große Razzia, also schon einiges los. In verschiedenen Bundesländern, auch in Italien und Österreich gab es viele Verhaftungen. Und seither sitzen jetzt gerade 24 Reichsbürger in Untersuchungshaft. Die Täter hatten den Putsch der Bundesregierung geplant, wollten ins Reichstagsgebäude einbringen, wollten Bundestagsabgeordnete verhaften und ihre Gegner exekutieren. Also die wollten die wirklich töten, die Politiker. Es gab dann aktuelle Durchsuchungen in Reutlingen, da wurde ein SEK-Beamter durch einen Schuss leicht verletzt. Und der Tatverdächtige, der wurde auch festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft. Man hat dann gesehen, er hatte die Erlaubnis, mit Sprengstoff zu hantieren und erstaunlich viele Waffen im Keller. Angeblich legal, da muss man sich auch fragen, wie kann das sein? Eigentlich hat man mittlerweile festgestellt, dass man Reichsbürger besser keine Waffen aushändigt und dass sie eigentlich keine waffenrechtliche Zuverlässigkeit mehr besitzen. Hier ist da ein bisschen was schief gegangen und deswegen werden die Behörden jetzt diesem Reichsbürger selbstverständlich auch die Waffenerlaubnis entziehen. Und 2016, das war ja der Höhepunkt, hat ein Reichsbürger einen bayerischen SEK-Beamten erschossen in Georgsmünd, ebenfalls bei einer Razzia. Und in Baden-Württemberg jetzt ganz aktuell ist einer zu zehn Jahren Haft vom OLG Stuttgart verhaftet worden, weil er bei einer Kontrolle einen Polizisten absichtlich mit einem Auto umgefahren und schwer verletzt hat. Reichsbürger sind zwar verrückt vielleicht, aber nicht weniger gefährlich. Das muss man einfach hier an dieser Stelle beachten. Ich befürchte, es wird nicht mein letztes Video zu dem Thema gewesen sein. Die sind ja immer noch recht umtriebig, teilweise im Untergrund. Und wir beobachten das Thema hier auf jeden Fall. Es ist eine Szene, die man im Blick halten sollte. Und ich hoffe, die Polizei ist da gerüstet, damit hier jetzt nicht irgendwie plötzlich ein Umsturz in Deutschland passiert. Ich glaube nicht, dass die die Kräfte haben, um das zu erreichen. Aber wer glaubt, der Commander von Donald Trump in Deutschland zu sein, der hat in meinen Augen tatsächlich nicht mehr ganz alle Tassen im Schrank. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Hier noch zwei Videos, die euch ebenfalls interessieren könnten. Bleibt mir treu, liebe Leute. Bleibt vor allen Dingen gesund. Wir sehen uns morgen an gleicher Stelle schon wieder. Tschüss und bis dahin.